Zuletzt habe ich mich in einer Videoserie zum Werk König, Krieger, Magier, Liebhaber von Robert Moore dem Thema des männlichen Bewusstseins bzw. der männlichen Psyche gewidmet. Einige Zeit zuvor habe ich eine Serie zum Thema Mythen in Anlehnung an Joseph Campbells Heldenreise kreiert. Diese neue Serie rund um das Buch Eisenhans von Robert Bly nimmt den Weg mitten durch beide Themengebiete hindurch. Es beruft sich auf alte Mythen und Märchen, in erster Linie an das gleichnamige Märchen der Gebrüder Grimm, findet gleichzeitig aber auch einen stark psychologischen Ansatz dem Mann gegenüber. Es werden uns sowohl die bekannten Archetypen des Königs, Kriegers, Magiers und Liebhabers begegnen, als auch die für Märchen und Mythen so typischen Metaphern mit entsprechenden Deutungen. Das Märchen Eisenhans der Gebrüder Grimm ist um 1850 erschienen. In ihm durchläuft der Protagonist die Initiation vom Jungen zum Mann, wobei die einzelnen Kapitel die verschiedenen Phasen des Initiationsprozesses darstellen. Obwohl die Geschichte in aller Kürze zusammengefasst wie ein ziemlich seltsames, aber dennoch typisches Märchen daherkommt, möchte ich an dieser Stelle eine Kurzversion wiedergeben. In dem Märchen Eisenhans geht es um einen König, dessen Königreich an ein Waldgebiet grenzt. Immer wenn sich Leute des Königs in diesen Wald begeben, werden sie nie wieder gesehen. Aus diesem Grund wird der Wald irgendwann gemieden, bis ein mutiger Jäger entlangkommt und dem König anbietet, dem Verschwinden seiner Männer auf den Grund zu gehen. Er begibt sich in den Wald, findet einen Tümpel und bemerkt, dass sich etwas unterhalb der Wasseroberfläche befindet. Somit schöpft er den See aus und erkennt die Ursache für das Verschwinden der Männer. Auf dem Grund des Tümpels befindet sich ein Mann, der als der wilde Mann bezeichnet wird. Später erhält dieser den Namen Eisenhans, da man ihn in ein Eisenkäfig sperrt. Der König übergibt den Käfigschlüssel seiner Frau, also der Königin, zur Aufbewahrung. Als eines Tages dem Sohn des Königs beim Spiel sein goldener Ball in den Käfig rollt, verlangt der wilde Mann seine Freilassung als Gegenleistung für das Spielgerät des Kindes. Der Jüngling lässt sich tatsächlich überreden, stiehlt seiner Mutter den Schlüssel und er hält im Gegenzug seinen goldenen Ball zurück. Als der wilde Mann fliehen will, überkommt dem Jungen jedoch die Angst vor der Reaktion seiner Eltern, worauf er kurzerhand gemeinsam mit dem wilden Mann in den Wald flieht. Der wilde Mann gibt den Jungen eine Aufgabe, doch als dieser beim dritten Anlauf nicht schafft, die Aufgabe korrekt zu erfüllen, kann er nicht mehr länger bei ihm bleiben. Trotzdem sichert Eisenhans dem Jungen seine Unterstützung zu, sollte er diese Mal benötigen. Und so wird der Jüngling in die Welt geschickt und gelangt zu einer großen Stadt, in dessen Schloss er niedrige Aufgaben übernimmt, bis er durch eine Kette von augenscheinlichen Zufällen und der Mithilfe des wilden Mannes die Tochter des Königs zur Frau nehmen kann. Bei der Vermählung erscheint ein unbekannter König, der dem Jungen gratuliert und sich als Eisenhans zu erkennen gibt. Er dankt dem Jungen, da er durch das Beschreiten seines Lebensweges den verwunschenen wilden Mann erlöst hat. Als Dank erhält der Junge sämtliche Schätze des Eisenhans. Zugegebenermaßen klingt die Geschichte in aller Kürze wiedergegeben ziemlich wirr. Daher werde ich sie in den kommenden Videos Schritt für Schritt ausführlich behandeln. Einem jeden der insgesamt acht Kapitel widme ich dazu ein eigenes Video. Die Videos sind dabei in zwei Teile aufgeteilt. Zunächst wird ein Abschnitt der Geschichte vorgestellt und im Anschluss die Deutung nach Robert Bly. Dabei werden wir uns wichtigen Themen widmen, wie die notwendige Loslösung von der mütterlichen Seite, dem verdrängten Unbewussten in uns, die Katabasis, welche einen beängstigenden, aber notwendigen Abstieg und Identitätsverlust darstellt und noch einigen weiteren essentiellen Themen. Dieses Werk von Robert Bly ist also eine wunderbare Gelegenheit, sich umfänglich mit der Männlichkeit in all ihren Facetten zu befassen. Der Beginn der meisten Märchen zeigt uns auf, was Joseph Campbell als den Ruf des Abenteuers bezeichnet. Die Hauptfigur wird durch äußere Ereignisse dazu gezwungen, das gewohnte Umfeld zu verlassen. In diesem Fall ist es das schützende Elternhaus und genau dieser Aspekt wird im nächsten Video den Beginn der Reise darstellen. Das schützende Elternhaus Das schützende Elternhaus